Achtung, denn wenn du denkst, dass deine Kaninchen das Obst und das Gemüse fressen, dann gibt es auch diese Feinde, zum Beispiel den gemeinen Ohrwurm und auch die Tigernacktschnecke. Jetzt weißt du, dass es nicht immer deine Kaninchen sind. Also bei mir sind diese Tiere schon ziemlich oft gewesen und ich habe oft bemerkt, wie sie es gefressen haben.